Wie man als EU-Bürger ein Depot in der Schweiz eröffnet. Ein Thema aktueller denn je. Mehr dazu in diesem Video. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal rund um das Thema Investments für Austausch, rund um das Thema Investments. Bernhard Hummel Investment Talks habe ich ihn jetzt final genannt, den Kanal. Mein Name ist Bernhard Hummel, ich bin Privatanleger und heute werden wir uns um die Frage kümmern, ein Aktiendepot in der Schweiz. Geht das überhaupt? In Wahrheit ist die Lösung, wenn man dann weiß wie und seinen Weg gefunden hat. Einfacher als man denkt, aber ich bekomme zu Recht diese Frage sehr sehr häufig. Ich habe schon viele Kommentare dazu bekommen und hoffe, dass ich euch möglichst kurzweilig in diesem Video möglichst viele Antworten geben kann und freue mich vor allem aber auch im Anschluss daran auf Austausch. Ja, es war für mich tatsächlich doch eine ziemliche Challenge. Ich habe also über ein Jahr gebraucht, bis ich da für mich eine gute Lösung gefunden habe. Und was sind so vor allem die Fragen, die man sich vielleicht vorweg allgemein für seine Lösung stellen sollte, die ich mir gestellt habe? Ich möchte mit euch jetzt diese Fragen mal kurz durchgehen und dann schauen wir uns jeweils meine Lösung dazu an. Das sind insgesamt zehn Fragen, die ich mir so für uns jetzt rausgesucht habe. Und zwar das erste ist mal eigentlich eine sehr große Problematik, die Auswahl als EU-Bürger, also mit Steuersitz in einem europäischen, in einem EU-Staat. Denn viele Schweizer Banken nehmen nur Kunden mit Steuersitz in der Schweiz. Das heißt, das ist sozusagen schon das erste Ausschlusskriterium, wo man unter Umständen mal einige Zeit sucht. Ich spreche als Erfahrung, bis man da eine Lösung findet, überhaupt den Anbieter findet, die in Frage kommen. Wobei ich dazu sagen muss, also die antworten vielleicht später. Zweite Frage, welche Gebühren verlangt diese Bank, dieser Broker? Und was ist die Mindestinvestitionssumme? Denn viele Schweizer Banken verlangen mindestens 500.000 Franken oder eine Million Franken als Mindestinvestitionssumme, dass man als Kunde mit Steuersitz außerhalb der Schweiz überhaupt ein Depot aufmachen kann. Dann die dritte Frage, die mir wichtig war, ist die Frage zur Eintragung der Aktien ins Aktienregister. Ihr wisst, das ist ein Thema, das mir persönlich einfach wichtig ist, aber ich möchte authentische Videos machen. Deshalb auch ehrlich dieser Punkt hier und vor allem eben nicht nur die Eintragungsmöglichkeit von Schweizer Titeln ins Aktienregister, sondern auch welche Kosten damit verbunden sind, ob das wiederum, Stichwort Gebühren, vernünftig für einen Privatanleger wie mich, für einen Kleinanleger wie mich, sage ich jetzt mal, umsetzbar ist. Dann der vierte Punkt, der wichtig ist, sind die Währungskonten. Dann bietet diese Bank, dieser Broker im Depot unterschiedliche Währungskonten an. Wie gesagt, Lösung nach, aber warum ist mir das wichtig? Naja, erstens mal wegen der Überweisung. Wir überweisen aus einem EU-Staat und daher wäre es sehr hilfreich, wenn man ein Eurokonto hat, einfach damit die Überweisung in der Regel deutlich günstiger möglich ist. Meine Lösung dazu übrigens, die ich gewählt habe, dann seine Konstruktion, auch eben nachher bei den Antworten darauf. Dann natürlich ein Frankenkonto, damit das Ganze Sinn macht, damit ich eben auch eine Währung außerhalb des Euros habe, was ja auch ein Sicherheitsgedanke für mich ist, warum ich ein Depot bewusst auch nicht in der EU haben möchte. Und dann für die internationalen Titel, für mich in weiterer Folge jetzt auch wichtig, weil ich nicht zu viele verschiedenen Depots wählwert mehr haben möchte, wegen der Übersichtlichkeit und Verwaltung. Auch die Frage, ob es ein Dollarkonto zum Beispiel gibt und ob andere Währungen möglich sind, damit man sich die Wechselkursspesen bei Dividendenzahlungen zum Beispiel erspart. Stichwort übrigens Gebühr auf Dividendenzahlungen allgemein. Also Gebühren auch ein wichtiges Thema. Dann der fünfte Punkt, die fünfte Frage, die man sich stellen sollte, wie läuft die Eröffnung ab? Wie ist das Ident? Also wie weise ich meine Identität und den Steuersitz nach? Wie ist der Kontakt möglich? Da gibt es ja beide Extreme. Der eine Extreme, wo ich sage, ich kann das vielleicht nur vor Ort machen, wäre vielleicht mühsam, wenn ich da jedes Mal extra nach Zürich fliegen muss oder in die Schweiz fahren muss. Ist das also auch online möglich? Und andersrum wieder auch, ist aber schon noch wenigstens ein persönlicher, ordentlicher Kontakt mit entsprechend kompetentem Personal möglich. Dann für mich auch eine wichtige Frage, wo ist der Headquarter? Kenne ich da Leute? Gibt es da eine Kontaktmöglichkeit? Vielleicht ist das ein entsprechender Offline-Standort auch? Stichwort, ich mag nicht reine Online-Broker, sondern ich mag sozusagen die gesunde Mischung für mich daraus. Gibt es da Kontaktmöglichkeiten zum CEO? Und vor allem auch, ist für mich wichtig und das habe ich als, glaube ich auch, man will nicht sagen Fehler, aber als eine Erfahrung aus der Vergangenheit gemacht, vielleicht Stichwort Fehler machen, ein Video von mir auf meinem anderen Kanal an dieser Stelle, dass ich nur noch Broker aus dieser Erfahrung heraus möchte, die auch Aktiengesellschaften selbst sind, damit ich zum Beispiel über die Generalversammlung oder die Hauptversammlung auch die Kontakte zum Management leicht bekommen kann und als Aktionär der selbstbeteiligten Unternehmen auch noch so einen zusätzlichen Zugang habe. Das ist mir persönlich einfach wichtig. Das wäre meine sechste Frage. Die siebte Frage ist das Thema Steuern. Ich muss ja im Ausland, also das ist in der Regel nicht nur, wenn ich in der EU jetzt woanders ein Konto aufmachen würde, wenn ich als Österreicher in Deutschland ein Depot aufmache, ist es genauso. Aber wenn ich jetzt außerhalb meines Staates, indem ich den Steuersitz habe, Windstoß, fliegen meine Scheinwerfer, es wackelt, hat überlebt, sorry. Ganz ziemlich windig hier, aber ich wollte das unbedingt jetzt hier draußen drehen. Also Stiefort Steuern, ich muss ja die Steuern dann selbst abführen, das ist prinzipiell überhaupt kein Problem. Entweder man hat einen Steuerberater oder man gibt einfach in einem Feld praktisch beim Steuerausgleich am Ende des Jahres oder als Arbeitnehmer bei der Arbeitnehmerveranlagung einfach im Zusatzformular dann sozusagen die ausländischen Kapitalerträge, Kapitalentkünfte an und führt dann diese Steuer selbst ab. Aber warum ist mir dieser Punkt wichtig? Es ist nicht das Problem oder es ist jetzt auch nicht Thema des Videos, wie ich die Steuern abführe. Das ist weiter einfacher, als die meisten sich im Vorfeld Sorgen machen. So eine Problematik ist, haben die kostenlose Auszüge? Weil wenn ich jetzt sozusagen für jeden Depotauszug, ist bei manchen traditionellen Banken auch in der Schweiz üblich, ist eine Gebühr zahle, damit ich nur sozusagen einen Beleg habe für das Finanzamt, obwohl ich mir dann vielleicht sogar selber ausdrucke online oder gibt es überhaupt online, ist die nächste Frage, dann ist das mühsam. Also haben die kostenlose Auszüge, dass ich einfach das einfach anklicken kann, war für mich auch ein wichtiger Punkt. Dann achter Punkt, Thema Zufriedenheit, Bekanntheit, Vertrauen, Freunde, die das schon haben. Ich war damals, ich habe das jetzt seit zwei Jahren circa schon als Depot, tatsächlich Pionier, aber man kann zumindest im Internet schauen, gibt es da Videos eben wie dieses dazu, gibt es andere Leute, die man vielleicht so ein bisschen kennt zumindest schon, seit Social Media oder irgendwo Bekannte, die dann schon haben. Es ist für mich schon wichtig, so dieser Bekanntheitsgrad, nicht so ein bisschen das Vertrauen im Hintergrund zu dem Ganzen und Erfahrungswerte von anderen Kunden und gibt es vielleicht einen Bonus bei der Eröffnung noch zusätzlich, ist für mich der achte Punkt, der schon für mich persönlich auch relevant ist. Der neunte Punkt, Kombinationsmöglichkeit mit anderen Depots. Jetzt klingt das blöd, was meine ich damit? Für mich geht es eher um die Frage, wie ist sozusagen die Abrechnung? Ist das übersichtlich, kriege ich einen Auszug jedes Mal, wenn ich zum Beispiel eine Order mache, kriege ich dann am nächsten Tag eine Order-Abrechnung eingestellt, automatisch in meinen Account, in meinem Postfach dort. Da habe ich eben auch diesen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich habe ja drei Depots, mache hier kein Geheimnis draus aus dem Ganzen, eben eins bei Flatex, eins bei Swissquote und eins bei Lynx. Und bei Lynx ist es für mich persönlich mit meiner Art der Buchhaltung und mit meinem Wunsch der klaren Struktur und Übersichtlichkeit unmöglich. Was auch der Grund ist, warum ich Lynx jetzt eben für mich wieder beende, wobei andere damit vielleicht zufrieden sind, will ich also überhaupt nichts sagen, ist rein subjektiv auch wieder, und alles zu Swissquote gebe, was internationale Titel sind, außer eben deutsche und österreichische Titel, die bleiben bei Flatex. Das hat reine Gebührengründe und Gründe aber auch wegen der Eintragung der Aktien ins Aktienregister und der Einladungen zu den Hauptversammlungen. Aber wie gesagt, auch gebührentechnisch macht das so für mich am meisten Sinn. Ihr findet alle meine Broker, die ich verwende, übersichtlich auf berndhummel.at-investments. Also das vielleicht einfach im Hintergrund nebenbei jetzt schon mal aufmachen. Da seht ihr das alles sozusagen sehr übersichtlich, damit das jetzt nicht nur so geredet ist, sondern etwas klarer verständlich ist, worüber ich dann gleich in weiterer Folge auch bei der Beantwortung der Fragen spreche. Dann der zehnte und letzte Punkt, der für mich wichtig ist bei der Auswahl, vorweg, bevor ich jetzt, wie gesagt, die Fragen beantworte, gibt es weitere coole Funktionen bei dem Broker, vielleicht wie zum Beispiel auch eine Bankcard, wo ich direkt dann auf mein Konto zugreifen kann und abheben kann in der Schweiz, wo ich vielleicht eine Kreditkarte dabei habe, wo ich, wenn ich mich in der Schweiz aufhalte, nicht diese blöden Gebühren habe, wie sie österreichische Banken, zum Beispiel für mich als Steuersitz Österreicher und da habe ich natürlich ein österreichisches Konto auch. Und da muss ich zum Beispiel immer Gebühren zahlen, sehr hohe Gebühren in Wahrheit, das sind versteckte Gebühren oft, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner normalen Bankomatkarte oder Kreditkarte in der Schweiz zahle. Und da war für mich zum Beispiel die Frage, gibt es dann eine günstige Kreditkarte, die mir in Summe für mich persönlich mit meinen Zahlungen, die ich über das Jahr verteilt in der Schweiz habe, weil ich dort mich auch sehr oft aufhalte, zum Beispiel ein Guti habe, das günstiger wäre, wenn ich direkt zugreifen kann und auf meine Dividendenzahlungen zum Beispiel zugreifen kann, so die am Konto, am Verrechnungskonto sich befinden und damit gleich in der Schweiz auch zahlen kann und damit Gebühren spare, denn Gebühren sind immer etwas, was sehr viel unnötig auffrisst. Gut, und jetzt würde ich sagen, gehen wir diese ganzen Fragen nochmal durch in Bezug auf meine Lösungsvariante für euch. Ja, sorry, das Video wird jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, euch möglichst viele Informationen reinpacken zu können für die, die vor dieser Frage stehen, weil ich da einfach aus dem gesamten Freundeskreis und aus unserer Community sehr viele Fragen bekommen habe und ich verstehe das auch, weil es ist vollkommen logisch, wie das Ganze funktioniert für jemanden, der es schon gemacht hat dann und zufrieden ist mit der Lösung, aber wenn man da vorsteht, so wie ich vor zwei, drei Jahren, dann ist es so, dass man sich da viele Fragen stellt. Und jetzt gehen wir die einzelnen Fragen durch. Auswahl als EU-Bürger, viele nehmen nur Leute mit Schweizer Steuersitz. Genau, ich habe das auch zum Beispiel angefragt bei der UBS und so weiter, da wäre das theoretisch möglich, aber eben diese Mindestinvestitionssummern, Punkt 2, 500.000 Schweizer Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis man teilweise auch bei diesen Banken eine Million und viele haben eben überhaupt nicht auch von den Online-Brokern das Alternativ gibt, die mir dann aber eh unsympathisch waren, glücklichweise in Summe auch noch, die dann eben nicht anbieten für Leute, die nicht Schweizer Staatsbürger sind, bis es geht in der Regel um einen Steuersitz, die einen Steuersitz außerhalb haben. Und da habe ich mich auch viel ausgetauscht mit Freunden aus der Schweiz, was die für Lösungen haben und da war eben dann teilweise das nicht möglich, weil ich den Steuersitz weiter in Österreich behalten möchte. Und vielleicht auch noch ein Stichwort dazu, weil das auch an dieser Stelle mit dem Steuersitz immer wieder gefragt wird, das ist vollkommen legal möglich, wenn man das steuerlich korrekt angibt und die Daten korrekt angibt, es wird sogar automatisch die Daten ausgetauscht zwischen den Staaten, das ist also überhaupt kein Thema, weil das glaube ich vielleicht auch für manche im Kopf ist so, wow, darf man das nicht, das ist vollkommen eine Entscheidung, wo ich einkaufe, wo ich Urlaub mache und auch wo ich sozusagen ein Depot eröffne. Also das ist von dem her nach meinem Wissensstand überhaupt kein Problem und auch mit meinem Steuerberater abgegelt überhaupt kein Problem. Das ist vielleicht eine Info, aber wie gesagt, alles ohne Gewehr, einfach Austausch unter Privatanlegern, keine Anlageempfehlung, muss man noch dazu sagen. Und da war dann für mich eben die eindeutig beste Lösung Swissquote, allein schon wegen diesem Punkt 1, aber wegen vieler weiterer Punkte von diesen 10, die wir jetzt auch durchgehen. Natürlich ist immer wieder auch ein Kompromiss, wo unter Umständen. Gut, dann zweiter Punkt Gebühren. Swissquote ist für mich von den Gebühren her einfach deutlich am interessantesten. Gehen wir vielleicht mal auf die Homepage kurz von Swissquote, wo man die Gebühren sich ansehen kann und ein Tradingkonto aufmachen kann. Ihr könnt einfach auf Tarife klicken und ihr werdet sehen, dass das in meinen Augen absolut im Rahmen für mich ist. Es gibt keine Kontoführungsgebühren. Sie haben sehr günstige Gebühren, vor allem für den Handel von Schweizer Aktien, aber auch insgesamt eigentlich, gerade für USA, wo ich es auch eben brauche dringend. Jetzt ist alles relativ. Natürlich kann man sagen, ja, es gibt günstigere Broker, die gibt es, klar. Aber viele von denen kommen für mich überhaupt nicht in Frage, weil zum Beispiel die Eindringung ins Aktienregister nicht ist, weil man da wirtschaftlich berechtigter ist, wo man Anruf bekommen hat und dann, wenn man zu einer Hauptversammlung gehen will oder wenn man dann die Aktien eintragen will, horrende Summen verlangt werden, weil die gar nicht vielleicht wissen, wie man das macht. Ich will jetzt da kein Pashing machen und keinen Namen sagen, aber wie gesagt, jeder hat da seinen eigenen Haushaltkriterien. Für mich sind das zum Beispiel welche und damit kommen für mich viele nicht in Frage. Flatex und Swissquote sind da für mich sozusagen eine Wahl, wo ich da nach viel, vielen Erkundigungen für mich auch die entsprechende Qualität noch dahinter sehe und klarkomme. Und dafür sind die Gebühren in meinen Augen absolut preis-leistungsmäßig im Rahmen, überhaupt für ein Depot, das ich in der sicheren Schweiz habe. Schaut euch das in Ruhe durch auf der Website, auch wie gesagt 25 US-Dollar pro Order finde ich jetzt eigentlich im Rahmen oder 15, wenn nicht da weniger Order. Ja, muss aber jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Ich sage euch jetzt einfach meine Lösung und dazu kommt eben auch, dass man dann auch von den Depotgebühren her ist das Ganze auch meiner Meinung nach sehr günstig. Ihr ladet euch das einfach runter, ich will das Video nicht unnötig lang machen. Ich glaube, das ist übersichtlich, wenn sich jeder die Zahlen einfach anseht, ihr könnt die Preistabelle einfach hier runterladen. Und ja, für mich ist es eine tolle Lösung. Vor allem auch ein wichtiges Stichwort, ihr wisst das mir persönlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, kostenlose Eintragung von Schweizer Aktientitel ins Aktienregister, das geht einfach online. Da kann man eine zweite Spalte mit Eintragung der Aktien oder eingetragenen Aktien machen, dann klickt man einfach drauf und dann kann man mit einem Mausklick sozusagen die Eintragung ins Aktienregister dann im Online-Depot einfach auslösen. Das funktioniert super, praktisiere ich jetzt schon seit langem und bekomme damit kostenlos die Einladungen von sämtlichen Schweizer Hauptversammlungen und ich gehe Generalversammlungen, sagt man in der Schweiz und ich gehe sehr, sehr viel auf Generalversammlungen, wie ihr wisst. Ihr könnt euch ein paar Berichte anschauen, bernathummel.at-hauptversammlungen, habe ich eine neue Seite gemacht, kann ich euch auch unter dem Video verlinken, ihr könnt es einfach eingeben im Explorer, wo ihr euch so anschauen könnt, habe ich auch einige Zusammenfassungen und Fotos gemacht bei Schweizer Generalversammlungen, bin ich sehr, sehr gerne, auch tolle Community drüben, die wir haben, super Austausch und Aktionären kenne ich schon viele persönlich und sehr, sehr lehrreich für mich, auch als noch immer Anfänger, wie ich mich bezeichne als Privatanleger und daher war mir die Eintragung ins Aktienregister sehr wichtig, was zum Beispiel Broker in der EU in der Regel meistens gar nicht können oder wenn dann nur zu horrenden Summen und Stichwort Börsenequivalenz, jetzt ist ja nicht einmal der Handel mehr möglich an Börsen in der EU, womit dann sehr, sehr hohe Gebühren entstehen würden in der Schweiz. Dann vierter Punkt, Währungskonten, ich mache es jetzt kurz, weil das Video wird schon wieder immer länger, ist also kein Problem bei Swissquote, man hat von Haus aus mal ein Eurokonto, ein Frankenkonto, ein Dollarkonto und kann dann also weitere beantragen. Eröffnung, extrem unkompliziert, ihr geht einfach auf ihr Konto eröffnen, ich mache das jetzt auch im Hintergrund mal hier, so Eröffnung eines Tradingkontos, ja wichtig ist, ihr müsst gehen oben, wenn ihr auf der Startseite auf Trading, weil im Endeffekt ein Aktiendepot ist ein Tradingkonto, es gäbe auch ein Forexkonto, das kann man auch dazu dann aufmachen, einfach ein Roboadvisor, den brauche ich jetzt alles nicht, ja, ich bin mit dem normalen Tradingkonto, was im Endeffekt einfach ein Aktiendepot ist oder ein Wertschriftendepot ist, ihr könnt natürlich auch Anleihen kaufen etc. aufmachen, sie haben bereits ein Konto bei Swissquote Bank AG, ja oder nein, wenn ich schon eins habe und wenn weiteres aufmachen will, kann ich das mit ja, damit ich die ganzen Daten übernehmen kann, sonst einfach nein. Ich gehe jetzt mit euch einfach nur auf die Startseite, weil ich glaube der Rest ist für jemanden, der eigenständig investiert, dann auch wohl kein großes Problem. Was hier noch wichtig ist, schaut bitte genau die richtige Mobiltelefonnummer anzugeben und die E-Mail-Adresse, weil dahin dann die Passwörter geschickt werden am Ende des Tages und ja, das kann man dann auch getrennt machen eben, also einfach anklicken, ist alles sinnerfassend. Dann würde ich noch machen, wie haben sie von Swissquote Bank erfahren und das ist jetzt was, was uns beiden hilft und das sage ich auch immer ganz ehrlich und authentisch und da würde ich eben Freund und dann könnt ihr eingeben, ja Gott, das braucht man nicht, die Freundschaftswerbungsnummer und die findet ihr auch einfach auf meiner Seite bernathumml.at-investments, wenn ihr hier schaut bei mein Depot bei Swissquote, dann habe ich hier diesen Code, diesen Sponsor-Code drinnen und der bringt uns beiden 100 Franken Trading-Guthaben und das macht schon sehr viel aus für uns beide, weil ich kaufe ja auch jetzt, gerade jetzt zum Beispiel, wo ich die ganzen US-Titel auch rübergebe, weil damit das können wir praktisch einsetzen, um keine Gebühren oder statt, wenn ich die Gebühren von Swissquote, die ich euch vorher gezeigt habe, zahlen müsste, kann ich dieses Guthaben gleich mal verwenden für die Käufe und zahlt das dann nicht und billiger kann man dann überhaupt nicht mehr in meinen Augen Aktien kaufen und einfacher auch, weil auch die Bedienung ist ja super einfach bei dem Ganzen, wenn ihr da Fragen habt, bitte, können wir uns natürlich auch dazu gerne austauschen und wichtig ist nur, dass eben diesen Code da eingebt, dass wir da beide was davon haben und zwar einfach bei der Freundschaftswerbungsnummer, also jetzt habe ich das da falsch kopiert, Moment, ich mache kurz mal Copy-Paste, dass ihr das einfach dann eingebt bei der Freundschaftswerbungsnummer und dann sollten wir eben auf beiden Seiten diese 100 Franken und das ist ja auch Geld, ich sage immer, weil das Kleine nicht erst, ist das Große nicht wert, uns hier also gleich mal sozusagen holen. Gut, dann sonst die weitere Eröffnung, einfach die Schritte durchgehen, die Daten angeben und sehr praktisch ist auch, dass alles eben online funktioniert, man kann dann einfach so sagen, auch dieses Ident, den Lätsnachweis ist ja logischerweise notwendig, auch wegen der No-Year-Customer-Regelung, damit das eben alles legal läuft und das kann man eben alles dann eigentlich online super schnell und problemlos erledigen. Die Depoteröffnung dauert natürlich ein paar Tage, weil das dann von der Bank, von den Mitarbeitern bearbeitet werden muss, aber war absolut problemlos bei mir möglich. Auch der Nachweis des Steuersitzes war absolut problemlos. Ich glaube, ich habe einen Meldezettel hingeschickt, man kann aber glaube ich auch einfach Rechnungen hochladen, wie es allgemein üblich ist bei diesen ganzen Geschichten, wie auch bei den P2P-Plattformen. Dann Headquarter, ja, ist kein Problem, Kontakte zur AG, es ist eben eine Aktiengesellschaft, das heißt einerseits bei der Generalversammlung, habe ich mich sehr, sehr gut mit Bürki zum Beispiel, mit dem CEO unterhalten, habe ich da damals sogar ein Video extra dazu gemacht zur GV, bitte verlinke ich es euch auch unter, aber ich weiß nicht, wie viele Infofelder ich da noch frei habe oben und ich war auch schon mal persönlich im Headquarter, das war, weil es ein Problem gab, mehr dazu später und auch dort super Kontakt gehabt und habe auch gleich ein Video vom Headquarter gemacht. Dann Steuern, ja, kann man sich kostenlos ausdrucken, mein Steuerberater ist happy, mit den Auszügen brauche ich nichts extra zahlen für einen zusätzlichen Auszug, bekommt man sogar automatisch zugestellt bei Swissquote einfach in diesen Dokumenteordner oder Posteingang oder wie das heißt, ja. Absolut selbsterklärend. Zufriedenheit, Bekanntheit, Vertrauen, damals muss ich sagen, war ich tatsächlich noch Pionier, nach mir haben dann viele Freunde von mir das aufgemacht mittlerweile bei Swissquote, die sagen, also ich habe jetzt noch kein Video dazu gemacht, also mache ich es jetzt endlich, weil so viele sich es gewünscht haben, aber viele Leute haben dann nachher tatsächlich eben das aufgemacht, zum Beispiel kennt ihr auch einen guten Freund von mir, liebe Grüße an der Stelle, lieber Thomas aus Zürich, der Bekannter heißt der Sparkoyote, mit dem, der hat dann nachher auch das Depot dort nach meinen Empfehlungen aufgemacht. You name it, viele, viele Freunde haben das tatsächlich dann genützt und ja, das freut mich natürlich sehr und die sind auch bis dato, da habe ich wirklich, wirklich durch die Bank Positives gehört, sehr, sehr zufrieden und ich bin wirklich happy, diesen Onlinebroker gefunden zu haben und fühle mich da richtig auch zu Hause mittlerweile. Ist für mich ein richtiges Glücksgefühl, immer wenn ich daran denke, dass es das gibt und vielen Dank auch an Swissquote für das tolle Service, die Bemühungen, denn ohne auch die Menschen dahinter, die das machen, wäre das alles nicht möglich. Also Zufriedenheit.8 für mich sehr, sehr gut. Kombination mit anderen Depots, ihr wisst, ich habe immer aus gebührentechnischen Gründen und auch aus Eintragungsgründen, Einladungen, Zauberversammlungen aus Österreich, auch ein Depot bei flattex.at. Findet übrigens auch bernathummel.at, schickstreich Investment Talks, sondern Freunde werben freund, Link, wenn ihr da Interesse habt mit Bonus, aber ist jetzt nicht das Video, weil da geht es um die Depoteröffnung in der Schweiz, aber ich möchte eben offen darüber reden. Deutsche und österreichische Titel habe ich bei flattex, weil da einfach die Gebühren für die Order billiger sind, weil da überhaupt keine Depotgebühr und Kontoführungsgebühr ist und weil bei diesem Windstoß, fliegen meine Scheinwerfer, weil da bei diesen auch keine Gebühren auf Dividendenzahlungen sind. Gut, Swissquote hat auch keine Gebühren auf Dividendenzahlungen, aber flattex hat eben auf Titel, die nicht Österreich oder Deutschland sind, also mit easy nicht DE oder AT, verlangen die dann bei Dividendenzahlungen Gebühren. Das ist der Grund, warum ich international, unter anderem ist ein Grund, warum ich international alles bei Swissquote jetzt dann haben werde und die Kombination eben zwischen flattex und Lynx auch mit der Abrechnung und allem super in der Buchhaltung möglich für mich, bei Lynx eben nicht, daher schließe ich das jetzt für mich nicht möglich. Ja und weitere mögliche Funktionen wie die Bankkarte, Kreditkarte, ja auch die gibt es eben bei Swissquote und habe ich jetzt noch nicht, werde ich aber dann bald bestellen. Für mich ist es einfach ein reines zusätzliches Sicherheitsgefühl und auch praktikabel und zahlt es sich tatsächlich auch aus. Diese Bankkarte, ihr könnt euch das auch raussuchen, die gibt es eben auf der Homepage, kann man das finden. Ich gehe mal auf Startseite, ich glaube auf der Startseite, da kommt eh gleich so ein Link zu diesen Bankkarts dann auch, wenn man da kurz wartet und da gibt es eben verschiedene Angebote von Kreditkarten, genau, da haben wir es und ich schaue kurz die Homepage, ja das ist einfach www.de.swissquote.com Promotion-Multi-Currency-Credit-Card. Da findet ihr diese Karten, derzeit ist es sogar sozusagen für das erste Jahr gratis, aber mich interessiert das gar nicht, wenn mich interessiert, was kostet es nachher. Und dann gibt es die für 100 Franken, kann man jetzt sagen, ist teuer, aber für mich persönlich zum Beispiel lohnt sich die sicherlich, die Silberne reicht mir da vollkommen. Erstens, weil ich dann bei den Bezahlungen wieder den Credit Credit bekomme, ich sowieso eben in der Schweiz ja Hotels und so weiter zahlen muss und da die Gebühren, die ich zahle bei meinen Karten, die ich derzeit habe. Es sei denn, wenn ich Bargeld beziehe, ja wo sich das für mich also auszahlt, allein von den Gebühren. Sie sind allgemein auch sehr visionär, wollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, weil sie einfach tolle Lösungen hier immer wieder neu anbieten. Trading-Guthaben habe ich schon erklärt, dass ich mir noch aufgeschrieben habe, ja es gab schon einmal Probleme, das ist richtig, und zwar bei der Eintragung von einem monogassischen Titel, beziehungsweise sie tragen ja nur Schweizer Namensaktien ein und keine internationalen Unternehmen, und da gab es mal ein Problem bei der Eintragung von einem, also ich wollte besuchen, die Hauptversammlung von einer monogassischen Aktiengesellschaft und da gab es Probleme, aber man hat das alles dann also für mich gelöst und das ist absolut nicht selbstverständlich, ich bin dann im Headquarter auch persönlich gewesen, war eine eigene Story, habe ich ein Video dazu gedreht, ich glaube jetzt habe ich sicher keine Infokarten mehr oben, aber ich gebe es euch in die Beschreibung rein, könnt ihr euch anschauen, was da genau los war. Für mich war wichtig, ich habe einen tollen Kontakt auch dort, den Herrn Robocker, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, der uns ja dann auch die Tour ermöglicht hat durch die Zentrale und wichtig ist für mich, es wird immer wieder Challenges geben, ob man dann lösungsorientiert ist und dann mich sozusagen unterstützt, oder ob man dann einfach bei der Hotline auflädt und sagt, das geht nicht. Das war also überhaupt kein Problem dort, toller Austausch, toller Austausch auch bei der Generalversammlung, also hier sehr positiv und daher auch alle internationalen Titel jetzt von mir zu Swissquote und es gibt auch diverse Goodies wie die Swissquote Lounge, wo ich zum Beispiel mich immer wieder regelmäßig, wenn ich in Zürich bin, aufhalte, kann man kostenlos dann sitzen, Kaffee trinken, Magazin lesen, ja es gibt auch ein Magazin von Swissquote, das kriegt man als Schweizer zugeschickt, in dem Ausland der Schweiz nicht, wahrscheinlich wegen der Portogebühren und so weiter auch, kann man aber einfach kostenlos abrufen mit einem Klick dann auch und als PDF lesen, ich lese das einfach immer am iPad und ich habe noch etwas da hier aufgeschrieben, nein, ich glaube, ja, Stiefwort Börsenäquivalenz, ich glaube, gerade jetzt ist es natürlich aktueller denn je, habe ich ein eigenes Video dazu gedreht, gebe ich euch auch den Link unten rein, weil einfach mal jetzt nicht mehr auf EU-Börsen, Schweizer Titel zumindest derzeit zum Zeitpunkt des Videodrehs handeln kann und damit allein schon natürlich die Gebühren von Brokern, die in der EU angesiedelt sind, mit denen ich dann in Zürich kaufe, in der Regel deutlich teurer sind, als wenn ich einfach sozusagen in der Schweiz gleich den Broker habe und dann direkt über diesen Broker günstig kaufen kann. So, Stichwort Börsenäquivalenz, wie gesagt, mehr dazu in dem eigenen Video, das ich vor kurzem gedreht habe. Gut, ja, wenn es noch Fragen gibt, dann meldet euch einfach, würde mich freuen, wenn euch dieses Video sozusagen die Fragen oder eine Antwort auf die Kommentare entsprechend ausführlich ist, wie man als EU-Bürger in der Schweiz ein Depot eröffnen sollte, was man beachten sollte im Vorfeld auch, welche Challenges es gibt zu bewältigen, welche Lösungen ich gefunden habe, was man vor allem auch vielleicht von der Gebührenseite beachten sollte und was dann meine für mich optimale Lösung nach viel Recherchen, die ich habe über ein Jahr recherchiert damals war und mit der ich bis heute eben zufrieden bin und mich würde interessieren, erstens, wie seht ihr das, wie seid ihr damit zufrieden, bzw. wärt ihr damit zufrieden, habt ihr noch Fragen, was sind eure Lösungen, welche Ansätze habt ihr? Kurz gesagt, ich freue mich auf Austausch in den Kommentaren, wirklich regen, weil davon können wir alle inklusive von mir lernen, ich habe wahnsinnig viel eigentlich über den Austausch mit anderen Aktionärinnen und Aktionären vor allem gelernt, sei es jetzt bei den Generalversammlungen, also auch eben online auf dem YouTube-Kanal in unserer Gruppe Annual Meeting Community auf Facebook und so weiter. Würde mich freuen, wenn ich euch meine Berichte von den Generalversammlungen, die ich jetzt erstellt habe, eben, die ich mir auch so mache, wo ich so ganz unglaublich mitschreibe, ein bisschen helfen. Ich freue mich auf Austausch, Daumen hoch würde mich motivieren aufs Video und ja, vielleicht, falls ihr noch nicht getan habt, bitte Kanal abonnieren und die Glocke drücken, weil ich mache jetzt nicht regelmäßige Videos, sondern wenn es sich gerade ergibt eben, freue ich mich darüber da ein bisschen mich wieder austauschen zu können mit euch und daher bitte auch die Glocke drücken, dass ihr informiert werdet, wenn es wieder ein neues Video gibt und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns auch bald mal wieder persönlich, viele kenne ich auch persönlich und ja, wenn nicht zumindest online, alles Liebe, alles Gute, Tschüss, euer Bernhard.